... und Anschlusspartner auf Lauris Crusader, Weidmannsdank, der in seiner Generation sehr großzügig, bedeutende Pferde aufgelegt hat, die in allen Disziplinen von sich reden machen konnten. Das ist gar kein Schaf, ne? Das ist gut. Ach so, ich hätte sie jetzt für ein Schaf geholt. Darf Ben gleich Eis essen? Dann gebe ich Ben mal ein paar Euro, dass er uns mal ein Eis holt. Das macht er bestimmt. So, wenn gleich Wechsel ist und dieses Pferd durch ist, dann kannst du Eis holen. Oder kannst du das noch mal? Hast du das schon mal gemacht? Eis geholt? Alleine? Nein, das ist doch kein eingepacktes Eis. Ne, das wäre ja richtig voreingepackt. Kannst du Eis holen? Ach so. Hallo. Oh, da kommt ein bisschen zufrieden, wenn es so ist. Aufnehmen, nach vorne rein. So. Noch ein bisschen mehr. So, ist gut. Kannst du übertreiben. Dankeschön für Honeymoon. Okay. Die Reaktion geschafft. Keine Gegenwart. Nach vorne reinmaschieren lassen. So, bitte. Also nicht von euch aus. Nee, da steht so zufrieden. So, ich bin hier auf Landbraider ab. Das hatte ich noch nie. Oh, danke schön. Erster großer Öffentlicher auf.